Jannik Schmidt gegen Dave Dave, Mike, meine Gute Diese Scheiß-Girls haben die nicht daran gearbeitet, Mann Everytime the same shit Was macht ihr denn jetzt? Alter, ihr sollt's gerade ausfahren Das war Glück Ja, und da haben wir es wieder Alter, ohne Scheiß, ich mach das gleich aus, ey Ich wähle nur noch die Leute aus, mit denen ich wirklich fahren möchte Hier Hier sind wieder nur Hampelz unterwegs, ey Was ist denn los mit euch allen, Alter? Warum habt ihr so scheiße eilig, ey? Also wirklich, Leute Ich mach die Lobby gleich dicht Soll ich den hinter mir halten, oder da nicht viel gegen Micky Micky Alter Oh, sorry, sorry, das war mein Fehler Micky 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 was das klappt das klappt das glaubt mir doch keiner ich spreche weg ihr alter, einer packt es oh dieser repoll, der tanzt aber hinten links, rechts, rechts, links kann ich kurz durch, danke sauber, alter, Sky, Sky will doppel ey, alter, wer dreht mich denn da, oh man alter, wir sind doch nicht beim Bowling Turnier hier, Freunde Mike hat dich da nicht vergessen wow, fetter 360er alter, ey, was machst du, du kannst doch nicht einfach rüberziehen rüberziehen, alter, du bist quer über die Autobahn gefahren, ich meine Rennstrecke alter, ey, alter, ey ich hab da jetzt ein bisschen Anschluss, boah, fuck, Alter, wer war'n das? weiß, janischer, 09, ist das einer, den du kennst? wen? weiß, janischer weiß, janischer also wenn einer mit Cory mithalten kann und sauber fährt, wer wirklich wird für uns? alter, Kenny, was stimmt denn nicht mit dir? alter, das war aber extrem nah dran weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen was soll das denn, alter, du Affe? check your MFD for a new strategy option honestly следующ als nichts hier ist ist Untertitelung des ZDF, 2020